Willkommen bei Janos Moratti, bei den exotischen Pflanzen, Superman und wie es weitergeht. Und bei den heimischen Sachen, Superman und wie es weitergeht. Schaut sie in die Videobeschreibung, schaut Kanalinfo vorbei und schreibt mir gerne in die Kommentare. Und hier haben wir eine Zimmerpflanze. Die habe ich von jemandem bekommen und die hat neue Wurzeln schon. Und ein neuer Ableger. Jetzt docken wir den ein. Dann haben wir wieder unsere Erde. So. Kann man sogar, die Zimmerpflanze kann man sogar in Sommerdrossen ausstellen lassen. Dann stellen wir ihn so mal raus. Und in den Winter rein. Jetzt da mal ein bisschen angießen. Dann sehe ich, wo die Erde noch abgeht. Jetzt habe ich es gekostet. Und tschüss Leute, abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schreibt es in die Kommentare. Und schaut es in die Videobeschreibung. Und schaut es Kanalinfo vorbei. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.